Und dann brauche ich auch noch einen gescheiten Hintergrund. Ja, vollgemüllten Kleiderständer möchte ich jetzt nicht unbedingt sehen. Haltet eure Stellung und erobert ihre. Äh, ja, die Diebe sollte nicht close gehen, Schnucki. Diebe bleiben. Kannst du ihn doch, wenn er irgendwie cappen möchte? Ne, er löst mich schon ab, aber... Ähm... Ich habe so ungern Diebe auf close rumstehen, weil die können nicht steffen, ist das Problem. Ihr habt den Altar erobert. Die Indie gegen Indie auf Fahrt, das heißt vier Meter. Ja. Ja, das war ziemlich viel gelöst. Was haben wir Target? Äh, ich bin gerade leidend. Tatsächlich zu sehr, dann verstehe ich mich nicht zu sterben. Sekunde. Ja, Sekunde. Ich würde selbst nicht suchen. Hält ich gerade so, wie ich kann? Ja, ich sitze noch dazu, gucke ich aber, ich gehe down. Aber ihr könntet mich vielleicht retzen, aber ich kann mich momentan nicht weg. Hunderbeil. Vielen Dank. Das sind vielleicht viele Conditions, ey. Ich gehe schon wieder down. Bäh. Hat sie noch interrupted. Rückt gerade aber auf. Können wir so auf mich fetzen. Er ist tot. Er ist nicht zusammen gegangen. Es war halt auch einfach fail, dass der Klieb mit dir close gegangen ist. Nee, der Klieb ist rausgegangen. Der hat mich sofort abgelöst. Der ist sofort rausgegangen. Ja, aber er ist ja erstmal mit dir überhaupt hingenaufen. Als ich in der Mitte war, war der noch bei Klaus. Ach, mein Schloss. Wenn du Zuständigen hast. Ja, genau. Ich bin ja gar nicht mit's gegangen. Kannst du auch nichts dagegen machen, also. Condi Bursts ist halt... Es ist halt eine Waffe gegen E. Da kann man nicht anders sagen. Es ist halt wirklich... Es nimmt ein E. Le raus. Wenn du mit den Condi Bursts hast. Ach, dann sind wir halt... Das waren... Wir waren auf Ha verloren. Einer auf... Einer auf Klos. Der Klieb ist auf High-Ground. Der Krieger ist auf High-Ground. Wir haben oval aus哈 Woolty. Kopf fliegel. Wir haben irgendwie 2 an Bloomberg. Den 2 auf... Einer auf Klaus. Neko und Ela. Das ist n Dauer Neko. Ich habe gerade einen 1v1-Krieger. 2v1 gegen den Krieger. Alter, ich war mitten im Dodge Team. Ich kann aber nicht damit ein bisschen getroffen haben. Alter, ich bin jetzt nicht mit 3 mit. Das gibt es nicht. Das sind zwei Opfer. Ey, close und ich komme rein hier. Dann verlieren wir wieder mit dem 2v1. 2v3. Ich hoffe, dass der Dieb in der 3-Sponse zurückkommt. Ich komme hier nicht mehr weg. Da brauchst du nicht raus. Ich bin tot. Und der Infi kann mich nicht retten gegen 3 Leute. Oh, der Dieb hat mich gestärkt. Gut, dass er gegen ihn in der Lebeform war. Okay, er hat mich gerätzt. Musik. Ja. Der macht gar keinen Dschaden. Der prügelt seine halbe Stunde auf den Necro ein. Er kriegt ja sogar Emperor die ganze Zeit. Ja. Dann helfe ich mal kurz auf close aus. Stelle ist präsent. Ein guter Spiel, die VATIVE. Die VATIVE machst natürlich nicht ganz so viel Schaden, aber... S-DOM. Okay. Das ist Ende noch. Okay, Stelle ist da. Euer Feind hat den Tempel jetzt unter Kontrolle. Ist das meine ich in der Mitte? Nein. Mit der Streetcap von der Mitte da rein. Was ist das? Alter, wir haben die für mich runtergekickt. Dann hol du Mitte. Ja. Ja. Das ist schwierig, wann wir... Wir over-commiten gerade, aber sowas von mächtig. Geht's auch FAH. Ja. Der Wildheit ist gesetzt. Oder hieß du den Buff? Je nachdem, das sind 3-2. Ich krieg den FAH. Ich krieg den FAH. FAH? Okay. Moment. Wo ist mein Teammate gerade hin? Einer ist runtergefallen. Einer ist mir runtergefallen noch. Ah. Ja. Ich hab den Buff gerade verloren. Keine Chance gehabt. Dafür krieg ich den D-CAP auf FAH. Dann wird's aber gerade eine. Ja. D-CAP haben wir auf FAH. Das heißt, der Buff bringt denen gerade gar nichts. Ich meine etwas. Ja, die Cap'n ist aber gleich close. Ich hab den Engie auf FAH. Das muss ich bitte sperren. Ja. Bye auf FAH. Und... Ja. Und wieder auf. Ja. Ich hab den Deck reinahmen. Ich kriege den Fah ... ... diese Hau. Okay. Ich hab den FAH. Die Hasch. Ja. 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 Ich bin da auch noch close. Ach so, ich muss jetzt fahrdeffen, weil es wird dann für uns. Mit dem Ball jetzt zusammen. Das war schon vor und gleich. Ich war es gelaufen. Okay, dann bleibe ich auf close. Keine Ausdauer. Ich habe jetzt Mitte des Punktes zu legen, damit wir den Punktespot cappen. Ja, wenn ihr respawn könnt ihr vielleicht... Jetzt könntest du decappen. Richtung Mitte gehen. Ja, war recht. Wir sehen jetzt die Buffs 830, 830 ist gleich. Werd ich wahrscheinlich nicht schaffen. Sonst werden sowas schon da sein, dass ich nur einen unter... Euer Feind hat den Tempel jetzt unter Kontrolle. Tolle Wurst, ich musste ihn tief retzen, weil ich den Krieger nicht gewinnen kann. Da ist keiner unten. Ich muss jetzt die Cap. Ja, wir müssen zwei gegen zwei unten. Können wir mal theoretisch gewinnen. Drei gegen zwei. Wir werden das verlieren. Echt nur abdeckend da. Aber gleich ist es bis... Ey, ich muss den Punkt cappen. Ihr habt den Altar erobert. Wir haben immerhin Stille. Ich laufe den Weg nach unten. Ah, scheiße, ich war bald jetzt tot. Ich bin quasi da. Aber ich muss, ich muss fallen. Ja, scheiße, Musik. Ich muss jetzt drauf. Ich muss den Stunner. Sehr geil. Da wär's in der Dunkel. FGS nicht nach hinten werfen sollen, na egal. Passt nicht, ich bin nur quasi dran. Vielen Dank. Wie ich nämlich auch fahr? Mhm, ich geh mal Richtung Close. Ja, kommt schon der Krieger. Ah ne, der Nico. Wie war's da vorn? Ah, Condis. Ob den D-Cap. Ja gut, ich komm... ...um... ...um... ...ich komm einfach nicht dazu, den Punkt zu verlassen, weil ich glaube nicht irgendwelche Leute retten muss. ...um... 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 ...zuziehen. Ne, keine Chance. Mistform und gebe mich mit dem Punkt in der Mitte. Damit das Punkt ist, damit wir nicht rausklicken können. Ich bin nicht unter Kontrolle. Drei und dann ist auch ganz aufgrund jetzt ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Also da haben wir glaube ich keine Angst gegen. Wenn wir noch so gut spielen, aber ja egal. Na komm, schau ich nicht mit dem Punkt. Wenn wir jetzt... ...wenn wir jetzt auf Close verbunkern? Ne. Oh, wir kriegen da den D-Cap auf Close. Okay, die haben mich wieder hochwerten lassen. Oh, das könnte ich hinfahren. Wir haben den Fahrer fliegen lassen und mich hochwerten lassen. So gut. Äh, 3-30 gleich, beide Bugs spawnen wieder. Ich muss jetzt Close defen. Ich muss Close Decapped halten. Okay, runter zu Buff. Hoffentlich rechts, okay. Ah ne, bei 2-30 spawnen die. Ja, oh shit. So, du sagst ja noch so, ja. Euer Feind hat den Tempel jetzt unter Kontrolle. Geologische Gewalten. Ich dachte, dass du das mir sagst und nicht. Ja. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich dachte, wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Komm, 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 ein bisschen Punkt cappen. Heller. Wir müssen mit 2. Nein. Wir müssen noch Mitte und Close halten. Dann haben wir gewonnen. Ja, ich habe gerade noch 2 beschäftigt. Ja, 2-30 ist gleich. Ich hab das aber auch auf Close constant stehen. Ich hab' keine Bock, hier einen Decap zu kriegen. Stell mich mal noch unten an den Buff, oder? zu kriegen wir ganz praktisch glaube ich ich bin schon dran es gehört alles uns sie um jeden preis